moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge little nightmares für die switch wir steuern den kleinen six hier durch die gegend und ja erscheinend habe ich hunger mein magen knut wo kriegen wir was zu essen her ist die frage warte mal oder durch gar nicht irgendwas passiert mit mir ich kann euch aber nicht sagen was was bekommen von dem ok es wird zumindest wahrscheinlich besser zu gehen sehr gut dankeschön wo sind wir hier das war schon wieder so ein seil als ob sich jemand da hängen will die atmosphäre ist ganz gut ne was war das denn ich bin einfach daneben gelaufen das war sehr bescheuert das gebe ich zu laufen laufen wir erstmal los mit dem heini hier eigentlich müsste jetzt automatisch dahin laufen er kennt den weg ja schon das ist das ist das ist das ist das ist das ist Ich werde es hoch. Ich bin hier hoch. Okay, also wenn wir jetzt oben ankommen, dann werden wir es jetzt richtig machen. Wir müssen einmal kurz abmessen, wo das... Man kann es ja nicht sehen an der Kette da, ne? Aber irgendwie habe ich das nicht so gesehen. So daneben springen, ganz im Ernst. Ich muss ihn leider einmal ganz nah ran holen. Wir müssen mal sehen, wo ich genau springen kann gleich. Der Hände auf. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, so viel, so gut, äh, so weit, so gut, meine ich. Das müsste jetzt immer wieder das Richtige sein. Und jetzt springen wir auf die andere Seite? Super. Ah, komm, hier. Okay. 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 Hmm. Okay, da kommen wir noch hoch. Und dann. Okay, so geht's auch. Weiter anspringen. Boom! Strom ist aus. Mehr durch. Geht auch nicht wieder an, der Strom glaube ich. Hoffe ich zumindest. Oder reinschubsen. Komplos hoch ist die Frage. Oh, ein Galgen. Wie immer. Und wenn wir dagegen springen? Ah, guck mal. Geht's ein bisschen runter. Langsam geht's runter. Sehr tief und sehr langsam. Oh, pass das Ding hier auf den Kopf bekommt da. Und hier waren wir ja schon mal überall. Das macht ja nichts. Wenn so der Strom aus ist, können wir durch die Tür da vorne gehen. Oh. Die werden vom Licht ferngehalten wahrscheinlich. Aber irgendwie fand ich voll so richtig von meinem Feuerzeuglicht. Kommt mir mal so vor. Okay. Hier schon wieder so ein Auge. Oh. Oh, pass auf. Ah, juujuuu. Okay. Wir müssen uns wahrscheinlich mitschleichen gleich. Das machen wir mal. Wissen wir mal. Wissen wir mal. Wissen wir mal, ob wir am Auge vorbeikommen. Wissen wir mal. Oh, guck mal, wir müssen wieder ein Stückchen weiter. Eieieiei, was ist denn? So! So, auf ein neues, gucken wir mal. So! Und jetzt hier rüber. Glück gehabt diesmal, würde ich sagen. Okay. Was passiert hier? Was sind die kleinen... Man weiß auch nicht, was diese Wichte auf sich haben, ne? Noch weiß man es nicht. Wenn die gut sind, die böse. Man weiß es nicht. So! Ja, ich würde sagen, das war's schon. Für diese Folge. Was uns danach erwartet, werden wir dann sehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich lasse es mal ganz kurz noch laufen. Denn vielleicht kommt vielleicht ein Intro. Und das würde ich euch ja gerne nicht vorenthalten. Das ist kein Intro, sondern irgendwie eine Zwischensequenz. Warten wir mal die Ladesequenz ab. Und dann würde ich mich verabschieden. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. gj G Untertitelung des ZDF für funk, 2017